Musik So hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde CSGO Heute spielen wir im Team mit dem Tronix, mit dem Daniel, mit dem Lex und dem Stefan So gehen wir wieder unten rum Hallo, das ist der Royal Nee, das ist der CSGO und wir spielen die Cruise Die neue Map von dem Wildfire Update Hinter dem Baden steht einer, Vorsicht Oh fuck, ich bin durch das Gas Ja, ich bin tot, mich hat's erwischt Paul, ich bin die Geile, die nicht nehmen Ah, zu spät Ja, da kommt Treppe Ja Haben ihn Spiel defensiv, Lex Warte, da drauf Leiste Bist du krank? Ja, Lex schießt Wenn der CZ keine Muni mehr hat Mach's fertig Gut, lol Ist einer tot Komm, komm, wir gehen über die Bar Geh mit Bar Geh hoch, geh hoch, geh hoch, Lex Nicht feißen, geh hoch Schau, 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 den geht an, man Leute, wurden hoher letzten Gegner Warte Ja, okay Der war unten, der war unten und der konnte über die Rampe wenden hoch Ja Ich deck die Rampe, du holst sie die Hustage Ich decke die Rampe, du holst sie die Hostage Ich decke die Rampe, du holst sie die Hostage ich habe auch geschossen ab und zu treffe ich auch mal das ist ganz schlecht wenn 1 2 und 1 immer wieder als erstes wir haben die jetzt zwei einmal gekillt und auf ihren füßen geschossen haben die kennen die map noch nicht weil wir gehen unten nächstes mal Stefan hat wieder die Tafel auf zwei leute sind oben bei der Connector wird gepusht alle pushen oben das tut leid oh was gut 4 Leute oben einer kommt wieder runter ich habe leider den Connector verloren hier oben steht es schon oh sie haben mich sie haben mich und jetzt push mit der Geisel ich halt den auf komm Geisel durch ich vielleicht nur einfach durch die 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 super geil ich ich behalte sie du mal nahe ich ich brauche eine P90 wenn die da wieder so viele kommen ... ... ... ... ... Er hat mich. Der Connector hat mich gespürtet. Er kommt runter. Nee, kommt er doch nicht. Da war noch einer. Connector. Ja, jetzt bin ich. Connector. Zwei Leute. Einer oben. Noch einer. Connector. Geh, Daniel. Geh. Ich passe auf hier. Ja, würdest du, dass ich angehe, zum Spawn jetzt ja und sein? Nee, ich hab ihn gehört. Hast du denn einen Spawn da ins Index? Ja, der ist frei. Warte. Dann warte da. Dann eben ab. Er wird kommen. Er kommt. Er kommt. Er hat kommt Treppe. Er ist Treppe. Ich hab gerade einen Schatten gesehen. Geh, geh hin, Alf. Mach Terror. Alf, Terror. Yes. Okay, wo die M4 noch nicht geht. Der ist ein bisschen für noch Rettent Terror machen müssen, Alf. M4 hab ich da. Jo, würdest du mir eine Arbe legen? Ich kann's. Ich kann. 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 Aber ich lege Ihnen Arbe. Na, aufpassen. Ich kann eh nicht kaufen. Die wollen schon wieder Leute rausschmeißen. Wir müssen sie halt zusammen, wenn wir wollen. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Keine Storyskaten dabei. Drei oben. ich bin bei der geisel der schuss auf dumm gelandet alter lex der schuss war von göttern ich bin beim spawn ja vielleicht nicht am liebsten braucht einer was Gut. Ach ja kaum. Nur für dich mitgenommen. Bleib mal stehen, Lix. Danke. Äh, was war ich denn? Achso, ich hab den Smoked. Scheiße, ich hab gar keine Granaten gekauft. Na jetzt pushen die vielleicht vorsichtig. Bei mir haben wir wirklich Smoked. Oh, warte, 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 warte. Mann, wir haben auf zwei Leute oben. Einer ist Richtung Tespo und meine Arme gibt da noch. Kannst mit hoch gehen blau. Kannst der Stechen da umhelfen. Okay, ich hab den Connector. Einer ist, einer ist der Connector. Okay. Warum hab ich keine Punkte gekriegt? Ich hab den auch angehittet. Okay, Stefan, wir sind weiter vorne. Clasher jetzt. Okay. Okay. Ah! Ah! Ah, Reflex. Ja, macht nix. Ne, ne, passt. Okay. Say my name, say my name. Warum bist du so schlecht? Warum hat jemand, Stefan, du hast neun Kills und weniger Punkte als ich? Keine Ahnung. Weil wir den Geiser befreien. Wegen Geiser befreien, trägst du mehr Punkte. Achso. Let's go, let's go, let's go! Wie muss'n die Smoke da geworfen werden, da? Gegen das Fenster in Norden. Da können wir das pushen und ausrichten. Ja. Smoke! Arbe! War ich erst mal einen hinterher? Ja. Drawing Smoke! Ist einer im Braunfelsfall. Ich hab sie. Wann, ich push die Arbe. Zweite Arbe. Zweite Arbe im Window drin. Fenster, 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 ja. Schuss gedrückt, alter. Habt ihr die Geisel? Die macht rum dicht, ja. Ich hab den Connector. Da, wo die Arbe eben stand, drüben kann. Lass mich vorgehen, Daniel. Einer sucht ein T-C-D-Spawn, ja. Ah. CT-Spawn. Flaschen, 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 flaschen. Immer flaschen. Einer kann man Connector. Connector. Connector ein. So. Nice, supergeil. Supergeil. Ach, ich... Ach ja, die hab ich wiedergekommen, sehr schön. Ach, Stefan, siehst scheiß aus mit deinen Punkten, ne? Ja. Ja, macht nix. Ja, ich... Jeder... Jeder... Jeder muss hier seinen Job machen. Lock and load. Ja. Ich bin fürs Geisel-Trag eingetragen. Du... Du musst die Arme Säcke tragen, und ich muss hier die Kacke wegräumen. Okay. Jetzt wussten wir die... Oh, und das Kackehämer. Nicht zu schnell vorgehen. Oh, der ist close. Einer ist close. Oh, der wusste ganz genau, ich hab Ben. Du bist alleine, Stefan. Stefan, du bist alleine. Stefan, du bist alleine. Ja, okay, leise. Der ist auch noch einer vorsichtig. Ja. Nice. Du musst die obere Kacke halten, gell? Oh. 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 Du bist normal angehildert hast, aber. Er war genau... Er war genau... Er war genau... Er war genau auf Kopfschon. Ah, der andere war auch noch da. Hast du gesehen? Ach, scheiße. Ich runtergehen. Brauch einer was? Ja, ne Arme bitte. Unten dürfen wir nicht zu schnell sein. Wenn die Smoken, dann müssen wir warten. Der war... Statt eben unten. Lex, vielleicht brauchst du unten auch ne Arme. Mach lieber langsam. Wir haben die Zeit. Quatsch. Können wir wegsmoken. Ja, wir können auch wegsmoken, aber... Eben statt auf einer rechts. Da kann es gar nicht so schnell hin. Ja, es wurde nicht gesmoked. Die Smoken jetzt wieder. Einfach... Einfach irgendwie reinsmoken. Na ja. Dann halt verwahren. Ja. Rechts steht. Genau rechts. Ne, der ist ja gelaufen. Leading down smoke. Ja, rechts, 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 rechts. Aber... Ganz rechts. Ehmt einer smoke vorbei. Er kommt davor. Oh, Alpha hat ihn gut gespielt. Oben einer weg. Unten auch einer weg. Alpha hat ihn unten. Noch einer unten. Oh, Alpha hat ihn... Zweiten unten. Das war dein Rudolf. Ja. Der war böse, Alf. Richtig böse. Danke. Wir haben ja voll auf die Fresse von dir gekriegt. Na ja, egal ob's Lack war. Der hat die Hand... Die Liebe von ihm aus dem Sack bekommen. Ja. Der war böse, Alf. Richtig böse. Das war nice. Da konnte er ihn nämlich nicht treffen. Ja, aber andersrum können sie nicht durch die Scheibe schießen. Ne, hab ich mal mitgekriegt. Nee, ich glaube nicht so gut. Richtig. Irgendwas ist dann bisschen komisch. Throw a flashbang. Jetzt pushen sie gleich irgendwo, vorsichtig. Smoke! In der Bahn steht wieder einer. Throwing grenade. Oder hinter dem. Grenade out. Feuer jetzt noch rein. Feuer jetzt noch rein. Leiner bei uns unten hat Mega-Hit. Ah, keiner ist rechts auf den Fall. Ja, der hat den Schaden gefressen. Wartet jetzt noch weg. Nur Geduld. Der hat durch die Wand geschossen. Ja, Lex. Oh, Lex. Wo ist der? Was? Was? Links. Leck. 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 Ja, okay. Warte. Jetzt Gas über die Mitte. Stefan hat die Mitte. Ja. Ja, okay, egal. Er geht über Bar. Ja. Ja. Es sind die direkt im Spiel noch. Also, die haben ja mal gar nichts drauf, die Gegner. Oh mein Gott. LOL. Streck, ne? Die haben ja überhaupt nichts drauf. Unten pushen die aber ganz schön doll. Die letzten Idioten. Was ist, wenn man jetzt mal... Naja, gut. Ich sag da lieber jetzt nix, aber... Wenn wir jetzt mal eine komplett anderswoher gehen... Nö. Aber am Ende... Wenn wir das mal einmal... Wenn wir das zu eins spielen sollten, können wir am Ende mal eine ganz andere. Die pushen mich. Sie pushen mich. Sie pushen mich. Ich hab aufgegeben. Ich muss die connector aufgeben. Und... Du kannst da hochhüpfen, Stefan. Dann kriegst du den tot. Wo? Wie? Hinter den Spielartikel. Ne, hat mich. Scheiße. Mann, er drückt den Smog. Oh, das wusste ich doch da machen. Oh, Leute. Nein. Nein. Ey, Leute. Was ist denn jetzt los, ey? Unten wurde wieder übel weggepusht. Unten hat richtig gesuckt, ey. Ja, wenn alle auf die Treppe gucken, ist klar, dass sie pushen können. Ich verstehe mich dann ein bisschen gucken. Stefan? Wo hat er an dem Automaten gestanden, dass du ihn nicht sehen konntest? Er war, wenn ich hochgepft bin, rechts um die Ecke. Wenn ich hochgepft bin. Rechts um die Ecke. Ah, er ist nach rechts gewechselt von den Automaten im toten Winkel. Lass mal ein Tronix, ja. Ich glaube, der hat mal eine Arfe genommen. Nice. Sechs Sekunden. Was sind gerade passiert, dass wir das verloren haben? Unten wurde gepusht. Brauch einer was? Ne, ne, ne. Ja. Was denn? Wenn ich sage, dass ich überrannt werde, brauche ich nur einen, der mir hilft. Der kann mit dem perfekt ins Kreuzfeuer nehmen. Da müssen nicht alle gucken. Weil ich glaube, da waren zwei am Schluss auf der Treppe. Das war zu viel. Ja. Ne, ne, da war noch einer auf der Treppe dann. Dann bleibe ich jetzt erstmal mit dem Lex. Auf einer pusht immer. Ja. Ja, nach rechts gleich, wenn die Smoke weggeht. Uh. Wir haben oben verloren. Es ist nur noch einer oben. Der andere hat schon verschoben. Ich muss den Collector aufgeben. Ich verschiebe nach oben. Wurde du die Geisel oder was? Ich weiß nicht. Der hat jetzt eine Arfe. Schön, Lex. Fronten ist frei. Ich komme. Ich gehe die Geisel hin. Oben sind sie schon bei der Geisel, ja. Er guckt genau die Treppe runter. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Ab ihn. Der letzte ist T-Spawn. Der letzte ist T-Spawn. Der letzte ist T-Spawn. Wenn du es schaffst, kannst du ja mal gucken, ob die Arfe noch finden ist hinter dir irgendwo. Nice! Ne, der hat die genommen. Egal, ich habe ihn noch. Alles gut. Hast du den Schild auch schnell weggebracht. Direkt sind der Alp noch einen. Genau, habe ich gerade noch so gekriegt. Ja. Okay, jetzt pushen sie gleich wahrscheinlich wieder irgendwo. Weil die wieder kein Geld haben dürfen. Äh, hey Crusader, da stehe ich. Ich brauche nicht mit Deck mich, da stehe ich. Das sieht direkt mit meinem Schuss gestellt. Ja. 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 Da grob bin ich. Ja. Ich glaube die sind schon Durchgepusht. Vorsicht. Die sind irgendwo hier schon bei den Automaten. einer ganz hinten rechts und einer steht close drin links einer seite der kann von euch von hinten kommen da kommt einer grünen vorsichtig ich muss decken für grün lauf und springen nicht mit messer einer muss ich jetzt mal hinter rechts hoch der schon da war leider aufpassen man kann zwei kollektiv automaten sind da fehlt in der reihe ein automat da kann man sich drin verstecken das muss ich gar nicht das so ein sport gibt ja ich auch nicht Die Steirad hier ist wo wir enden. Oh, pass now. Sie pushen mich. Die haben mich oben weggepusht. Geisel, 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 noch einer links von dir. Noch einer, noch einer, ganz hinten in der Ecke, äh, genau. Nice, Daniel. Das gibt ein Uprank. Gute kommen. Oha, inner-sit. T-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit-sit. Hat meine Arbeit jetzt. Oh, jetzt sind AP noch. Habe ich auch geschafft, war mit zu wenig AP. Du setzt doch den Daniel nicht so unter Druck. Er ist ja gar nicht wo wir stehen. Doch, doch, ich wo wir. das nächste mal oben die bar fließt aber sagen war verloren ja ich habe schon mitbekommen aber die falschen schlüssel wird somit dass das gepusht wird zwangsläufig darf die gegner werden woanders dadurch wurde umweg gepusht er kann deine so dann wollen wir richtig kaufen jetzt ja letzte runde ich habe jetzt meine autotag gekauft ich wollte einfach nur durch die gärtig geschossen hätte der zweite mich gehört die runde noch holen dann wäre gut nach oben wieder oben da kommt jetzt kommt jetzt die treppe runter entweder mittel ist keine ordnung ja und bestätigte aber pivott schönes von sauber warum schießt du auch nicht weil ich dazu lust hatte ich habe fast so viele kids wie stefan von den punkten her wollen wir jetzt oben wie wollen wir es aufteilen ich gehe unten lang bitte gut dann gehe ich mit dem lex also treppe und der lex machte barne und der tronix macht so ich machbar lex macht treppe wir müssen so machen sie dass sie hier nicht von außen kommen können einer muss der rechts an anstellen einer war 2 war er gibt mir kommt jetzt rein zwei leute einer drin aber keine chance der selbe nehmen wir von ihren setten nichts getroffen und jetzt macht er nur und rechtlich von stefan gehe ich mag es nicht fest und ich habe gerade es hat mich so eine nase gibt es ich weine hier fresse die haben so pech selbst wenn mal einer von uns übrig bleibt holt der eine noch alle weg ja das ist das Daniel sein uprank jetzt naja das wenig Tode viel Punkte ja das Geisel zu holen so diesmal nicht du Blasch treu links geil also einer ist noch unten bei der Geisel Toto ok sie kommen unten bei der Geisel ja letzter war unten geil jetzt spiel wall und aim was hast denn jetzt hast du jetzt eine Abo oder was ne P90 ich habe Kevlar vergessen toller Tausch PUSH DEINER unten verloren er nimmt die Geisel jetzt nimmt der Geisel einer kommt Treppe zwei Treppe ne nicht die Treppe große Treppe alle noch unten nein du im Bauch nice schönes Das ist ein Krisenkrieg, aber ich kriege so auf die Fresse hart. Ich habe genauso viele Punkte wie Stefan. Ich habe leider übelst gefailt, um mit P90 ohne Kevlar da rein zu laufen, aber naja. Naja. Guck du mal von hier ab, bitte. Ohne Leugnet. Bin unten, fast tot, Orange. Toll. Er hat mich, Orange. Einer Treppe. Treppe geht hoch zur Geisel. Mann, jetzt nimmst du den Kärzern. Nimmst du? Lullspie, Aave, oben. Achtung, der ist beim Rogenkopf hier nah. Okay, Leute, wir machen... Sollen wir den Echo machen? Hä, ich habe 666. Ja, dann doch mir bitte eine Rogenkopf oder eine A-Karte. Ich habe 30 Kekotalli. Oh, bitte. Der Gali habe ich jetzt schon verkackt. Ja, Tronix braucht auch noch was. Ja, ich muss noch was schießen. Ich denke, deine habe ich noch, Sechzaun. Nee, hat doch nicht mehr. Come on, come on, let's go! Tronix, dann lass mich ja in eine Bar gehen. Ich kriege niemals zwei Meter Gali tot. Ich kriege niemals zwei Meter Gali tot. Da ist noch eine nach oben. Ja, ich habe es schon. Okay, ich brauche unten Hilfe. Orange. Orange. Sehr schön. Orange, da ist noch einer, noch einer hinter der Wand. Sechze hinter der Wand, Barbara. Dömer noch, ja? Boah, ja, Sponnotte! Schon bei der Geiste, oder? Ja. Unten, oder was? Dann gehe ich zum Spawn. Noch einer hier. Ja, der ist durch. Ich bin zu Spawn unterwegs. Er ist schon durch. Deck jetzt mal den Connector Alf, genau da lang. Nee, hinter dir. Alph. Ja, der braucht aber noch kurz, während er da läuft. Einer kommt Casino. Das ist mal, Crusader-Deg. Das ist der letzte weg. Der hatte aber keine Geiste gehabt. Wer kommt Casino? Der letzte kommt Casino. Bei Orange. Tschöööö. Boah, Alf hat den letzten Krieg gemacht. Hart. Er noch, endlich. Ja, mitten Tronix seiner Aave. Okay, war ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist ein Igel dabei, war der Nachricht. Ciao, vielen Dank. Da war garantiert einer dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020